schaut sie euch an die deutschen marktteilnehmer haben nichts mit amerika offensichtlich zu tun sie haben sich gesagt was war das denn für eine schlappe hier mit der fettgeschichte geht uns nichts an wir gehen wieder nach oben ein fett grüner tag warum grün na das können uns anzeigen lassen also ihr seht es eine grüne kerze hier die deutlich nach oben weist und damit sogar noch mal manifestiert dass die bewegung die wir jetzt hier hatten an dem trendausbruch tatsächlich offensichtlich bestätigt ist hier unten seht ihr noch mal im index gezeichnet das war eigentlich meine erwartungshaltung damit die eintrifft hätten wir allerdings was korrektives gebraucht und ich denke man muss nicht studiert haben um zu erkennen dass das was ich seit diesen tiefs hier bewegt hat dass das nicht in irgendeiner form korrektiv ist geschweige denn dass es irgendwas getriggert hat also die abwärtsseite die hätte irgendwie sowas bedarf und so einer bewegung hier um dann nach unten eben losgetreten zu werden das ist aber ausgeblieben das ist nicht gekommen und dementsprechend war die short idee ein netter gedankengang aber eben nichts was sich umsetzen ließ gott sei dank der kurs ist ja tapfer nach oben gegangen heute also ein grüner tag für den deutschen markt was bedeutet das denn jetzt im nachgang ja tatsächlich wird es mehr und mehr marktteilnehmer in deutschland natürlich dazu soll ich sagen zwingen auch wieder willen gegebenenfalls auf die kaufseite zu springen denn je weiter der kurs sich von diesen widerstandsmarken entfernt desto eher wird man sagen ja Mist jetzt habe ich es ja dann doch verpasst und das können durchaus die großen marktplayer in den markt wieder drücken auf der kaufseite was den markt wiederum beflügeln sollte warum bin ich so ablehnend dagegen weil ich natürlich immer wieder in den gesprächen im austausch mit den großen die ja weitaus weniger charttechnisch unterwegs sein wollen können dürfen wie auch immer da gibt es verschiedene gründe aber die sagen die daten sehen halt so blöd aus man hat irgendwie nicht den eindruck dass das richtig toll ist heute morgen die factory orders beispielsweise schon sehr negativ die industrieaufträge sehr negativ ausgefallen also deutlich schlechter als erwartet und auch schlechter als zuvor also das sind alles gar nicht so gute anzeichen die marktteilnehmer scheint es aber erstmal nicht zu interessieren und das bedeutet dass vielleicht der ein oder andere auch widerwillig in den markt kommt aber warum er kommt ist letztlich egal dass er kommt ist das wichtiger also für den dax im moment gibt es nichts was für die abwärts seite spricht ja also wir hatten hier das bild noch mal ganz kurz so muss das in etwa aussehen das ding sehr super aus aber ihr wisst das alleine reicht natürlich nicht aus es müsste auch korrektiv in die richtung gehen und es müsste triggern das ist hier ausgeblieben bietet sich natürlich auch zu aber auch zur späteren stunde immer wieder noch mal an also wenn ihr so eine bewegung vielleicht irgendwann später vielleicht heute nicht mehr aber sowas seht ja dann wird es vorläufig erstmal die abwärts richtung gehen da ist im moment aber null also von dem was es sein müsste das ist das was ich gezeichnet habe sehe ich im aktuellen chart gar nichts also gibt es aktuell nichts was darauf hin deutet dass der kurs jetzt dreht kann er drehen natürlich kann er drehen deutet sich das an nein zumindest mal nicht im deutschen markt solange es so hoch geht und höchstens wackelig runter wären das sogar noch mal neue kauflevels ebenfalls um dann noch mal auf der longseite mit dabei zu sein so aber damit ist der deutsche markt doch relativ alleine denn der amerikanische markt der stößt nicht ins gleiche horn im gegenteil da hat man fast den eindruck namens rüdiger ist das nicht hier eher so die geschichte was du gesagt hast die relativ starke abwärtsseite und jetzt hier so a b c nach oben ja tatsächlich deutet sich das an aber wir wissen dass situation in anbetracht von terminen und werden heute die us-arbeitsmarktdaten natürlich immer ein bisschen kritischer zu werten sind heute die us-arbeitsmarkt zahlen ich muss gestehen ich hatte das vorhin völlig falsch mal irgendwo erwähnt habe ich gesagt 14.30 Uhr wir sind natürlich noch nicht in der sommerzeit also noch nicht in der winterzeit in amerika dementsprechend ist es noch eine stunde früher gewesen aber ich denke alle wissen inzwischen dass es diese woche ein bisschen anders abläuft die zahlen ihr seht das hier etwas anders als erwartet 200.000 neue non farm payrolls wurden erwartet 261 sind es geworden weniger als zuvor aber besser als gedacht beispielsweise die employment rate die hat zugelegt hat sogar stärker zugelegt als erwartet wurde 3,6 wurde erwartet 3,7 ist es geworden also ihr seht das ist doch ein bisschen zusatzeinfluss der da eben noch von amerikanischen seite eben zu erfahren ist und wenn wir uns das angucken der markt mal ganz kurz zusammengezuckt aber nachher doch noch nach oben das ist natürlich allerdings etwas wo ich häufig wenn sowas passiert dann eben auf der falschen spur erwischt werde hier ist es jetzt nicht ganz so klar das sieht doch ganz schön drei wellig aus diese bewegung und drei wellig wissen wir es eigentlich nicht die haupt trend bewegung drei wellig ist eigentlich immer etwas was wir als gegenbewegung eher auffassen aber ihr seht schon der markt im moment noch ganz schön zappelig wackelig und sehr reagibel auf kurzfristige nachrichten na gut also wir wissen das ist nichts ganz neues in der aktuellen zeit dass wir alle nicht so genau wissen was passiert der markt sehr sehr wackelig unterwegs ist der dao ist ja noch einer der besten märkte wenn wir uns den s&p angucken mit seiner sehr korrektiven aufwärtsseite den nasdaq angucken mit seiner sehr korrektiven aufwärtsseite und dem auch noch sehr deutlichen rücksetzer hat man noch nicht so richtig den eindruck als ob die kauflaune da auch schon angekommen wird das wird vielleicht für den dax die schwierigste situation sein wird er sich nach oben durchsetzen können während nasdaq und s&p sehr viel schwäche zeigen na gut wir werden es sehen für all diejenigen die intraday für euch unterwegs sind gehen wir mal naja machen wir mal fünf minuten chart machen wir mal so ein mittelding nicht minute das ist vielleicht ein bisschen arg kurz aber wenn ihr seht dass eine richtung stark ist und das ist ganz wichtig die andere seite schwach also diese richtung fand ich zum beispiel schon ziemlich stark wackelig nach oben wäre definitiv für mich ein verkaufssignal gewesen aber ihr seht es selber er wackelt halt nicht hoch er geht jetzt scharf hoch na gut neues spiel neues glück wenn er wackelig runter kommt naja dann wäre das eben der start das ist für die intraday freunde die sagen vor wochenende will ich dann noch mal ein bisschen mich beschäftigen mit das interessante bild schaut danach was sind die starken bewegungen und wartet dann die entsprechende korrektur ab und wenn es nicht wackelig ist dann einfach a b c dreiwellig ist typischerweise nicht die hauptrichtung wenn ihr etwas dreiwelliges seht oder was mit vielen kursüberschneidungen ist es ziemlich wahrscheinlich die falsche richtung und so sieht ja dieses übergeordnete bild nach wie vor aus sehr wackelig die gegenbewegung in der aufwärtsbewegung viel überschneidung mit drin ich habe kein gutes gefühl was die long seite angeht für amerika zumindest vermitteln die marktteilnehmer das aktuell nicht dementsprechend also short naja short grundsätzlich wunderbar insbesondere wenn wir starke bewegungen runter und wackelige nach oben bekommen ihr seht dass wir hier noch im rahmen hier der jüngsten einflüsse relativ hektische bewegungen haben aber sobald die eine seite sich eben schwach zeigt springt auf die zuletzt starke seite auf entgegen der schwachen seite das ist eigentlich der einzige tipp den man sagen kann ich weiß im moment fragen viele ja ist es denn jetzt ist es denn jetzt der anstieg für nach oben oder wird es jetzt noch nach unten gehen ich weiß genau so viel gar nichts ja fragezeichen wir wissen dass alle im moment nicht was wir allerdings gut sehen können ist dass die marktteilnehmer insgesamt nicht genau wissen was sie vorhaben das heißt handelt dann nicht einfach im vorauseiligen gehorsam ah das wird dann schon gut gehen ich mache das jetzt mal das wird schon und ich will es nicht verpassen das ist die zeit wo man geld verliert das ist die zeit wo man das nicht machen sollte deshalb aus meiner sicht solange der markt so klar unentschieden ist auf den entsprechenden zeitebenen nichts tun wenn er dann entsprechend so etwas und so etwas hier zeigt dann wunderbar und gerne mitnehmen spricht überhaupt nichts dagegen wenn er sowas und wackelig dann wunderbar mitnehmen auch die sind nicht immer perfekt ihr könnt nicht davon ausgehen dass die immer wunderbar laufen aber die chance risikorelation für solche trades ist typischerweise so gut dass ihr halt relativ wenig riskiert gegenüber einem relativ hohen gewinnpotenzial und selbst wenn ihr nur jedes zweite selbst findet nur jedes dritte mal gewinnt werdet ihr in der summe von mehreren trades ziemlich wahrscheinlich positiv sein das wäre zumindest das was man normalerweise erwarten könnte also viel besser kann man es nicht berichten ich weiß dass einige sich natürlich wünschen ja aber konkreter soll ich jetzt ja dann nichts machen ja dann lieber der gang zum kühlschrank was leckeres essen trinken sonst irgendwas erst wenn er sowas und sowas macht dann wieder zuschlagen solange wir steil auf steil nichts tun solange wir wackelig auf wackelig nichts tun wartet das entsprechende bild ab und dann lasst euch in die entsprechende marktrichtung rein triggern wenn es diese unterscheidung gibt und tut euch den gefallen nicht so von wegen da war jetzt so viel geld zu verdienen ja und genau so viel geld war zu verlieren und glaubt mir typischerweise gehört man bei solchen marktbewegungen zur verliererseite wenn man zu früh zu viel will das klingt alles sehr destruktiv im gegenteil eigentlich ist es eine wunderbare sache ich höre ganz häufig markt ist verrückt ich werde ganz häufig das sind verarscher märkte ich zitiere man wird hier vorne und hinten dauernd hier aufs kreuz gelegt ja in der regel dann wenn man hier einfach sagt ich mache jetzt einfach mal das wird schon und das bild hier zeigt diese situation aktuell nicht und wenn sie das nicht zeigt dann muss man eben auch mal zugucken können und abwarten bis das nächste deutliche bild ist also scharfe bewegung abgelöst von einer korrektur bewegung das ist natürlich ein bisschen schwer direkt nach so einem ding also nach so einem tail den wir jetzt hier haben hier auf der unterseite nachdem der kurs mal nachrichtenseitig mal so kurzen ausflug gemacht hat generell gleiche prinzip schubrichtung aktuell hoch wackelig runter und ihr wüsstet wieder welche richtung ich grundsätzlich bevorzugen würde als bewegungsrichtung für den nächsten trade na gut viel besser kann ich es im moment nicht sagen ich weiß man wünscht es sich häufig sagt doch einfach was ich machen muss damit ich ganz viel geld verdiene und das risiko los im moment ist es offensichtlich nicht das einfache geschäft im markt mal eben schnell geld zu deponieren und zu sagen danach habe ich auf jeden fall mehr dann lieber etwas an der seitenlinie warten bis die entsprechenden verhaltensmuster wieder auftreten im kleinen wie im großen bild das gleiche gibt es natürlich sogar auf tagesebene beim dow jones als möglichkeit könnt ihr euch schon ausmalen wenn wir sowas bekommen hätten wir ganz gute chancen für nach oben aber ihr seht schon dieses ereignis oder nein eigentlich dieses ereignis der bruch das ist nichts was heute nachmittag ansteht sondern etwas was wir noch in die zukunft verschieben müssen in diesem sinne wünsche ich euch jetzt erstmal für heute viel spaß vielleicht doch die ein oder andere situation für euch als kurzfrist trader wenn ihr eher etwas längerfristig seid dann würde ich tatsächlich sagen ein bisschen ruhige kugel schieben ist glaube ich die beste variante in diesem sinne euch alles gute ganz liebe grüße bis zum nächsten mal Mother the the you the